Der mexikanische WM-Teilnehmer Marco Fabian steht laut übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt zum türkischen Fußball-Erstligisten Fenerbahce. Der 29-Jährige war am Sonntag bereits in der Türkei empfangen worden und muss nur noch den Medizin-Check absolvieren. Die Ablösesumme für den Mexikaner, der in Frankfurt von Trainer Adi Hütter in die Trainingsgruppe 2 abgeschoben worden war, soll laut Frankfurter Rundschau bei rund 1,5 Millionen Euro liegen. Der Lateinamerikaner soll einen Zweijahresvertrag erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017